Auf den Slippy Trails in Slip and Fells. Los, 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 los. Zap rein, du schaffst es. Ja, weiter, weiter. Ist das hier, wo der klare Schnaps rauskommt? Super. Ich habe dir ein wenig Zwieback gekauft, dass die Diaryl besser wird. Oh, enge Kiste. Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Channel MikeRidesMTV. Okay. Ja, ihr kennt ihn. Also von einem Kurzvideo tatsächlich sogar. Hallo zusammen, los geht's. Heute wird ein bisschen geradelt. René, wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Das Wetter ist bescheiden. Passend zum heutigen Wetter ist es auch nicht geputzt. Oh, das ist ja richtig schönes Ding, sage ich jetzt mal. Traumhaft, traumhaft. Ja, also ich sage jetzt mal so. Hi, Moin. Hä? Also ich sage jetzt mal so, das letzte Mal, wo wir hier gewesen sind, da war ich mit einem Blackie am Start und da hat es mich ja ultra auf dem Trail reingescheppert. Und das war nicht so geil gewesen. Oh, oh. Ah! Ja, ich habe mich angehört, wie eine sterbende Kuh hat mir mal jemand gesagt. Aber das hat wirklich wehgetan. Egal, heute back auf den Trails hier in Lichtenfels. Und zwar im Herbst. Leute, das Wetter ist eklig. Es hat geregnet. Es ist frisch. Ich werde eine Regenjacke anziehen. Und bevor wir lange rumquatschen. Los geht's. Ab auf den Trail. Lass mich nicht hängen. Lass mich nicht hängen. Lass mich nicht hängen. Hallo. Achso. Ja. Let's go. Naja, also ganz ehrlich. Ich habe das Wetter mit Sicherheit nicht vermisst. Jetzt wird reingewurzelt. Ah, René, das ist doch da hier, wo ihr immer euren anonymen Alkoholikerkreis abhaltet. Da drehen wir mal Klau. Ist das hier, wo der klare Schnaps rauskommt? Das ist ja irre. Das ist ja geil. Leute, hier gibt es puren Schnaps aus dem Rohr. Das ist auf jeden Fall auch was, wo man sagen kann, man kann ruhig mal hier nach Lichtenfels auf die öffentlichen Trails gehen. Denn es gibt hier einen Schnapsbrunnen. René, du füllst jetzt deine Trinkblase mit puren Schnaps auf. Das ist Wahnsinn. Dann rollst du es leichter. Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass du, wenn immer alkoholisiert fährst, ja eigentlich immer ganz gut dabei bist dann. Du musst dann unten einblicken, kleiner Funfact, dass ich gar kein Alkohol trinke. Stimmt, du bist ja depressiv oder nicht? Wie heißt das? Straight-Ecke. Ja, der René ist nämlich ein Straight-Eckler. Die einzige Droge ist Schokolade. Ja, Leute, ich sage es euch, wie es ist. Es fängt jetzt tatsächlich echt richtig ordentlich das Pissen an. Da geht es allzenei. Bevor wir das machen, werden wir nochmal eine kurze Gedenkpause an der Sturzstelle nochmal anhalten und werden da ein Laubblatt niederlegen. Ja, ein Laubblatt, René. Mit vollständigen Geräuschen. Ja, ja, also pass auf, ich lege das Laubblatt nieder, wir blenden dazu dann ein bisschen dramatische oder traurige Musik ein und du übertönt das Ganze mit komischen, mit meinen Grundschmerzgeräuschen. Ja, das machen wir jetzt. Gemeinde, wir haben uns jetzt hier zusammengefunden, um nun dieses Blatt der Vergebung des Trails niederzulegen, aufgrund dessen, dass es mich ordentlich zernörschelt hat. Und dieses Blatt steht, finde ich, symbolisch, ja, dass es nie wieder passieren wird. Alter, wenn das jemand sieht. Ich kann mich da immer noch nicht mit anfreunden, dass man jetzt schon wieder, also ich zumindest jetzt mal Jacke, jetzt hier tragen muss. Fucking scheiß Jahreszeit. Ah, lassen wir es krochen. Ja, so, wo war denn das jetzt hier? Da. So, jetzt wird erstmal ein bisschen warm gerollt. Oh mein Gott. Gleich mal richtig spaßig zum Warmfahren hier auf den Slippy Trails in Slip & Fells. Boah, die Wurzeln sind echt richtig mies. Da muss man schon etwas aufpassen und das hier gleich zum Warmfahren. Jo, ist das schon recht witzig. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber wir machen das jetzt instant. Und rollen uns da hier mal ein. Alter, das ist schon wieder so rutschig. Krass. Oh, ei, ei, ei. Alter. Ja, Leute, ich habe mir fast gedacht, dass es heute ein bisschen slippery wird. Alter. Oh, und der Regen. Macht es natürlich ziemlich spannend. Wir haben jedenfalls hier gleich gemerkt, das wird heute eine rutschige Angelegenheit. Aber wir wollen uns von dem Wetter jetzt mal hier nicht irgendwie die Laune verderben lassen. Nein, wir haben uns als nächstes überlegt, mal eine interessante Stelle anzuschauen, wo man mit einem E-Bike technisch berghoch fahren kann. Ob das so funktioniert hat, wie wir uns das überlegt haben oder gedacht haben, besser gesagt, sehen wir jetzt im nächsten Szenen-Cut. Alter. Das ist ja geil. Also von unten sieht man schon, dass es steil ist, aber schon ordentlich. Ich denke, im oberen Bereich wird es eh schwierig mit den Wurzeln, wenn es trocken ist. Vielleicht, aber es ist oben schon sehr steil. Ich glaube nicht, dass es geht, ganz ehrlich. Try. Los, 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 los. Zap rein, du schaffst es. Ja, weiter, weiter. Jetzt rüber, rüber, rüber. Alter, das ist mega steil, Junge. Ich denke, wenn es trocken ist, ist es machbar. Ja, natürlich hat das nicht funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, aber es war auf jeden Fall mal wieder einer von diesen Tagen, wo wir unseren Spaß hatten, auch mal hier auf den rutschigen Untergründen mal wieder zu fahren. So eklig der Herbst und der Winter auch ist, aber am Anfang macht er trotzdem irgendwie immer noch Spaß. Junge, Junge, das ist heute echt. Man kann so schön die Griffe auch alles sehen, aber wenn es nass ist, du hast schon trotzdem noch gekriegt. Ja, du hast schon gekriegt, das geht schon. Aber halt, du hast ja gerade das trocken. Das stimmt, oder du musst einfach mal Tatsi-Griffe fahren. Ja, schau. Let's go. So, meine lieben Leute, jetzt haben wir gerade eben noch mal ein bisschen Luft raus aus die Reifen. Alter, das ist so rutschert alles. Da muss man sich erst mal wieder an die Siffel gewöhnen hier. Ja. Aber es wird schon technischer, wenn es nass ist. Das ist heute echt slippy. Ja, das ist schon slippy heute, ne? Aber hier das war jetzt ein bisschen das beste Stück. Ja. Möchte ich sagen, war auch nicht perfekt, aber war... Nee, ich habe es oben voll verkackt gerade. Ja, schau. Das ist stein. Das ist heute nicht mein Tag, glaube ich. Irgendwie ist es auf Lichtenfels immer ein Fluch, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt geht es da rein. Let's go. Ja, wie gesagt, schon lange nicht mehr hier gewesen. Jetzt muss ich selber mal schauen, wie das hier war. Alter. Jetzt war ich etwas zu. Ja, tatsächlich echt etwas zu ambitioniert. Ja, der ist technisch hier. Der ist weniger Vollgas, dafür technisch. Achtung, hier ist ein Absatz. Sag ich doch. Den Trail kenne ich gar nicht. Jetzt siehst du mal. Der ist richtig gut, ey. Ja? Der ist richtig geil. Die Lea. Ja? Hi, sitzt du noch auf dem Fahrrad? Ja. Der Langer Thomas ist auch da. Der Langer Thomas! Hi, ich bin da. Sag mal, Leo. Du bist jetzt live und die Vito. Super. Ich habe dir ein wenig Zwieback gekauft, dass die Diaröl besser wird. Alles klar. Viel Spaß. Ja. Danke. Bis dann. Ciao. 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 Geil. Ja, Leute. Jetzt geht es noch einmal auf die allseits bekannte Winterline. Und weißt du, was richtig krass ist? Wir fahren die Winterline im Herbst. Ja, stimmt. Das ist halt heftig. Das ist richtig krass. Musst du dich auch erst mal trauen, ne? Ja, also ich fühle mich da schon ein wenig jetzt. Ja. Fühlst du dich auch gerade ein? Ja, schon richtig. So richtig maskulin. So ein bisschen. Also so als wäre ein E-Bike-Argo vollgeladen und du strotzt nur so vor Energie. Genau so viel. Na gut, dann würde ich was sagen. Genug des dummen Gelabers. Wir fahren jetzt nochmal in den Trail. Einigen wir uns da drauf. Hinein. Winterline. Oh, mein Schaltwerk passt überhaupt nicht. Ja, mit Brille wäre das natürlich jetzt ein bisschen entspannter. Dann würde ich da ein bisschen mehr sehen noch. Aber dann ist das halt jetzt mal so. Die Winterline hat ihren Namen allzurecht. Denn hier kann man das ganze Jahr über sehr gut Fahrrad fahren. Der Boden ist ziemlich wetterfest und eben auch im Winter gut zu befahren. Die Winterline hat tatsächlich sogar auch schon mal einen kleinen Auftritt gehabt in einem Fachmagazin. Da wurde auch schon mal darüber berichtet, dass es hier in diesem Landkreis eben diese Line gibt, wo man das ganze Jahr über entspannt Rad fahren kann. Oh, ich sehe nichts. Meine Augen, Tränen. Meine Augen, Tränen. Na, Penen. Baum, rüstig. Oh, enge Kiste. Hoppa. Nice. Da bin ich auch mal kurz abgebogen. Falsche Richtung genommen. Ja, ja. Ich denke mir schon, wo bleibt der denn auf einmal? Ich bin das Ding schon 30 Mal gefahren, Alter und fahre einfach komplett voll falsch. Aber immer einmal komplett voll falsch. Und somit kommen wir jetzt mal zum Ende des jetzigen Videos. Ja, meine lieben Leute, ich würde sagen, das war es von dem jetzigen Video hier von den Trails aus Lichtenfels. Hat Spaß gemacht. Natürlich, ja, kam der Regen. Eigentlich war es nicht angesagt, aber naja. Herbst ist halt einfach Herbst in Deutschland. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann haut ein Abo rein, schallert das Glöckchen an, schreibt ein paar Kommentare unter dieses Video. Das hält den Kanal tatsächlich am Leben. Und wenn ihr ein paar Infos noch wollt zum René und seinem Karpfenangler-Podcast, findet ihr natürlich hier unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Bis bald. Macht's gut. Nächste Woche sind wir schon wieder unterwegs. Ja, stimmt. Ja. Macht's gut. Haut rein.